Hier in Pell, auf diesem Sportplatz, hat alles begonnen. Meine riesige Begeisterung für den Fußball. Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel in der deutschen Nationalmannschaft absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Großartige Siege und bittere Niederlagen, manchmal am Boden zerstört, um dann wieder aufzustehen. Im Wettkampf gegen die besten Spieler der Welt, an der Seite von fantastischen Mitspielern, mit denen ich unendlich viele unvergessliche Momente erlebt habe. Nach 131 Länderspielen und 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus. Ich durfte an vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften teilnehmen, den WM-Pokal in die Luft strecken und eure Zuneigung auf dem Platz spüren. Es hat mich immer sehr stolz gemacht, für mein Land aufzulaufen. Wir haben gemeinsam gefeiert und manchmal auch gemeinsam meine Träne verdrückt. Ich möchte allen Fans und Teammitgliedern der Nationalmannschaft Danke sagen. Danke für eure Unterstützung in den vergangenen Jahren. Nehmt die Begeisterung und Freude der diesjährigen Euro mit und drückt dem Team auf dem Weg zur WM 2026 ganz fest die Daumen. Das mache ich auch. Jetzt als Fan auf der Tribüne und nicht mehr als Spieler auf dem grünen Rasen. Servus. Man sieht sich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018